Tüh tö Tüh Mountains Ehh... Malwegen Willkommen 이었f apply Warum erklärt was das hier ist? Das ist das wohnzimmer Ich musste das wohnzimmer zeigen Da hinten seht ihr auch den Chat! Das finde ich dann eigentlich ganz cool Lieber den Chat zum poses Ja Chat ist jetzt, glaube ich, eh erstmal gerade so aber kann nicht machen, ja will mich nicht von hinten, mag mich nicht von hinten mach mal room tour, ich mach jetzt die room tour geht jetzt los, also da seht ihr also es kommt jetzt größer als es ist bima mäßig ist jetzt eigentlich genauso teuer als hätte man sich jetzt einen Fernseher gekauft von daher, aber ist halt ein größeres Bild ist schon ein bisschen cooler ist es ja, letztes Wohnzimmer also ist ähnlich wie es toll ist wir müssen jetzt nicht sonst was erfahren paar Kabel das ist jetzt das Kilometer Kabel was ich jetzt für das Mikrofon habe weil ich leider die Cam zwar mobil habe, aber das Mikrofon noch nicht das ist ein bisschen blöd die Tischtennisplatte muss natürlich auch sein im Wohnzimmer, wer hat sie nicht ist vielleicht auch ein kleiner Hinweis ist vielleicht auch ein Hinweis man weiß es nicht vielleicht nachher ein kleines Bierbond grünieren netter kleiner Tisch ja 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 ich zeig euch jetzt ein Fypad Move richtiger Fypad Move ist der Tisch ich sag mal so, Tisch normalerweise in der Größe schon ein bisschen peurer aber dann nimmt man einfach zweimal den gleichen Tisch dann stellt man ihn nebeneinander und dann ist es ein großer Tisch aber man hat auch mal zwei einzelne Tische Fypad der ist ein großer Fypad der ist ein anderer Fypad ich zeig euch einen anderen Fypad ihr habt ne Pflanze in der Wohnung bleibt nicht so der der Pflanzenpült hier gut sie sieht nicht mehr ganze Welt auf ne ich geh zu wir lassen die Chat uns schreiben meint ihr diese Pflanze lebt noch lebt noch oder habt ihr auch ne Möglichkeit zurückgeholen das ist eine Rückholpflanze und damit man den Bewässern nicht vergisst packt man einfach direkt die Bewässerungsflasche daneben ist man weppern dann irgendwann so sagt oh muss man wieder machen steht da einfach direkt und dann kann man den Port einem heben also Joda sagt der geht super die sieht sich aber auch schön zack und fertig muss nichts holen ist direkt fertig immer die ist da in locker 5 Jahren tot und vermisst schon herab da hatte ich mich auch mehr bei dieser 5 Jahre ich suche die ist 4 Jahre alt und Heiko sagt das haben wir so paket das müssen wir später wechnen ja komm nachher vielleicht auch noch den meisten so jetzt gehen wir mal ins allerheiligste oder wollen wir ne eigentlich erstmal müssen wir das kurz machen oder du kannst das Bild da oben nochmal zeigen wo ich einen kleinen Befall hatte also ich muss dazu auch sagen so habe ich ihn auch schon mal gesehen vor 2 Jahren ich bin da ich bin da eigentlich der der da echt ein bisschen vielleicht auch Schaden von genommen hat weil Modern ist dann erstmal 5 Minuten lang die Kamera holen gegangen und hat mich so hängen lassen und das war wirklich nicht irgendwo im Garten sondern quasi so parkmäßig war das da ich sag euch ich sag euch das es war nicht nett das war nicht nett das war nicht nett gut hier mit da zuerst hin müssen ja Badezimmer muss man aufpassen da hast du das Kinderbild nicht gezeigt das war nicht so cool das war nicht so cool das war nicht so cool wir machen im Spiegel mach Selfie im Spiegel mach Selfie im Spiegel da drauf sehen mach screen mach screen mach screen für Onlyfans hier gehen wir mal hier wieder lang raus warte ich will da nicht auf dir Licht anmachen so das Zimmer kennt ihr eigentlich schon relativ gut oh oh du hängst hier mit dem Garten rum was hat ein Spiegel Moment ich denke schon geht schon mal hier rein ja das Zimmer das hat der ja schon gern wieder Aschallah 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 Zeit Bildschirm zu wenig jetzt ist ein Bildschirm zu wenig normalerweise steht da halt noch dein Laptop das Paket ist hier weg Rati sitzt so auch im Stream den kennt ihr und die Ecke da hinten kennt ihr ja auch ich weiß gerade ich sehe es ja relativ gut vielleicht hat die irgendjemand noch nicht gesehen na das kenne ich weiß das passiert übrigens mit eurer Donations wenn du was kommst ah das auch mit eurer Donations weil ich ja schon so viele hatte ja das äh ich komme eigentlich nur nach das Schlafzimmer ja auch ehrlich nichts besonderes auch ehrlich nichts besonderes äh da Streamingraum Halko hat erkannt ich mag die Flasche wenn die vor der Kamera ha fandst du lustig sag ehrlich sorry gut ja da ist auch der Kühlschrank wir auch mal im Streaming zu machen ja und wichtig Kalenten wird halt auch ne jetzt kannst du halt auch mal bisschen hier rauf wandern ne ich möchte jetzt einfach nicht sagen was willst du denn sagen ja ja die leben auch noch und die leben ehrlich ich glaube da war ich ähm wie alt war ich da bestimmt hab ich die mir mit 10 oder so geholt gesundheit gesundheit danke ja das wars eigentlich noch vielleicht doch ne Arschkatze Arschkatze weil ich da immer nicht rankommen das war's eigentlich wir können mal gucken ob es drauf ist dann verkong jetzt nicht ist er wer also wenn sie wir nicht machen sie haben und in der hat sie n sie n 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 Soll ich die Milchflüte auch mitnehmen? Die kannst du später mitnehmen, wenn du abkaufst. Nee. Video. Achso, nee, muss nicht. Okay. Video Box? Ja. Was ist denn? Auch denke ich, ist Maschallei. Jetzt wissen sie, wo ich wohne, weißt du? Als ein Stalker kriegt Finn. Schmal. Ja, Küke kennt ihr ja schon. Und wollte noch irgendwas nochmal sehen. War vielleicht zu schnell oder so. Core Stream war gerade. Hast du eben verpasst. Ach schade. Core Stream war schon. Gibt's hier auf A4 und Liddy, kannst du dir nachher nochmal anschauen. Kannst du dir gerne angucken, ja. Also selbst schnell war auch noch online. Ja. Ich glaube, Mikrofon steht für gleich. Kann ich eigentlich ganz gut hier haben. Ja. Egal kriegen wir schon nochmal einen. Ja. Bei Kevin wollten wir noch einen machen, hat er gesagt. Nee, nee. Das ist doch nicht. Ja. Das Problem ist, bei mir können wir gar nicht. Weil ich ja leider nicht so einen Halbansauger habe. Ohne den kannst du keinen Kopf fehlen. Ey, komm ganz energetisch. Bin ich der Einzige, der den hat? Bin ich der Einzige, der den hat? Schreib mal in den Chat, wer hat auch noch so einen Halbanschausauger. Das kann doch nicht, Bruder. Wir haben doch noch einen, der ihn nicht an. Bis zum nächsten Mal.